Was ist eigentlich ein Baum? Bäume sind Lebewesen. Sie atmen, ernähren sich, wachsen und pflanzen sich fort. Bäume haben Wurzeln, die ihnen im Boden Halt geben und über die sie Wasser und Mineralstoffe aufnehmen. Die Wurzeln gehen über in den Stamm. Die Baumkrone wiederum besteht aus den dicken Ästen, aus denen wiederum die kleineren Zweige wachsen. An diesen hängen die Blätter, mit denen der Baum die Sonnenenergie aufnimmt und über die er atmet. Es gibt Laubbäume, wie diese Eiche, aber auch Nadelbäume. Nadelbäume, wie diese Fichte, haben anstelle der Blätter Nadeln. Die übernehmen im Grunde die gleichen Aufgaben wie die Blätter der Laubbäume. Während die Laubbäume ihre Blätter im Herbst verlieren, behalten Nadelbäume bis auf die Lerche ihre Nadeln das ganze Jahr über. Also, die Endめim Katrina, hatte sie ein Rubelverument, die handheld Nadelbäume ger귀 intro. E Prestige in der Laubbäume, wie die globale Letterb 버� cells verletzen, offenig mal auf der Einwurstante. 속 tyvärrões Im Herbst Im Herbst Da